Diese hier angebotene 4-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Altstadt. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 120 m². Die monatliche Pauschalmiete beträgt 3950 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017